Und ein Moinsen zu dem vollen Video. Ich habe es gestern in einem Podcast schon angekündigt, für die, die es schon gehört haben. Heute gibt es ein Video mit einem Berlin-YouTuber, dem guten Johnny. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Sehr richtig ausgesprochen. Bei ihm haben wir auch schon ein Video, also da gerne abchecken, gerne deinen Kanal angucken. Recht frischer YouTuber. Also falls ihr da ein bisschen Richtung Bundesliga noch spezifisch zu Berlin noch mehr sehen wollt, also da gerne reingucken, streamt das Spiel dann auch gegen Berlin vermutlich die Reaktion. Genau. Und dann haben wir da schon ein bisschen genauer auf das VfB gegen Berlin-Spiel am Samstag eingegangen. Heute gehen wir so ein bisschen mehr auf Allgemein-Bundessieger und natürlich auch kurz zum Spiel nochmal. Aber dafür darfst du dich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Johnny, richtig ausgesprochen. Ich komme aus Berlin, seit klein auf Hertha-Fan und Hertha-Anhänger-Sympathisant. Fußball selber gespielt, Fußballtrainer gewesen für zwei Jahre. Und auf meinem Kanal gibt es alles rund um die Hertha, denn ich habe einfach Bock, darüber zu reden, selber Videos zu machen und mit anderen YouTubern. Sehr cool. Dann gehen wir direkt mal in die erste, ja, schon allgemeine Frage rein. Aber wie siehst du die Saison bisher? Was sind so die größten Überraschungen für dich? Die größte, das ist jetzt schwer zu sagen, ich will natürlich immer Hertha-spezifisch antworten, weil die größte Überraschung kann natürlich auch unsere Enttäuschung sein, sage ich mal so, weil man hat ja nicht damit gerechnet, dass wir mit so einem Kader so schlecht spielen. Deswegen sind wir schon die größte negative Überraschung, würde ich sagen. Eine positive Überraschung ist für mich Union. Union macht zurzeit vieles richtig. Die spielen guten Fußball, die kämpfen. Das ist quasi das, was ich mir von der Hertha erhofft hätte, was man zeigt mit dem Kader. Deswegen positive Überraschung würde ich Union nehmen und negative Überraschung ist leider meine alte Dame. Also beides in Berlin. Beides in Berlin, ja. Man kann aber auch als positive Überraschung VfL Wolfsburg nehmen, natürlich, die ich finde jetzt auf Platz drei zurzeit. Drei Punkte hinter Leipzig auf Platz zwei, die spielen überragende Saison. Also Wolfsburg für mich auch sehr positive Überraschung. Ja, dann können wir direkt bei deinen Berlinern bleiben. Du hast schon gesagt, dass es sehr negativ überraschend war quasi. Was war denn da so, man hört es ja bei uns immer nur so, man hat ja auch diese Memes oder diese, fast schon so ein, ja, einfach ein Witz geworden mittlerweile, dieses Big-City-Club-Ding, was irgendwann euch auferlegt wurde. Mit was für war das denn reingestartet? Also es ist schwierig zu sagen. Ich sage, ich habe meine eigene Erwartungshaltung gehabt und dann gibt es natürlich die öffentliche Meinung quasi mal so, was die Presse und so vertritt. Wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt, dann weiß man nur, wenn man jetzt ein paar teure Spieler kauft, funktioniert es nicht gleich und du spielst nicht gleich um die Champions League mit. Ich kann als Überschrift den Big-City-Club verstehen, dass man das in ein paar Jahren sein möchte, was auch, finde ich, realistisch ist, wenn man Geld reinsteckt, dass man das erreichen kann. Aber natürlich war für mich die Erwartung der Saison, man hat Einzelspieler zusammengekauft und man musste erst mal Formen irgendwie zu irgendwas zusammenbekommen. Und man hat ganz klar gesehen, das hat nicht funktioniert. Man ist sang- und klanglos, hat nur schlecht Spiele gemacht. Man hat am Anfang gegen Bremen gewonnen, wo man dachte, oh, toll. Aber dann hat man gesehen, was wirklich in dem Kader steckt. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht viel, was man rausholen konnte, sage ich mal, aus dem Kader. Da steckt viel drin, aber man konnte es nicht rauskitzeln. Jetzt unter Pahl erhoffe ich mir dann ein bisschen mehr. Also sagst du, ist ja immer die Schwierigkeit bei Kader. Schlägt der irgendwann ein oder war er einfach schlecht zusammengestellt? Das ist immer so die Frage. Was würdest du sagen? Weil rein vom Marktwert ist der Kader top, auch rein von der Fülle. Ist auch im Mittelfeld nochmal nachgelegt. Da habt ihr auch gefühlt mehr als genug Leute im Mittelfeld. Wenn man die Z-3-Position anschaut. Ist der Kader gut genug oder woran lag es bisher, dass es noch nicht eingeschlagen hat? Das ist ja auch so die Frage. Wir haben ja auch Preetz entlassen. Hat man ja sicherlich auch mitbekommen. Und Preetz war ja immer so ein bisschen der Buhmann auch für die Kaderzusammenstellung. Ich habe gesagt, okay, jetzt tauscht man den Trainer aus und auf einmal funktioniert es. Oder man wird sehen, ob es funktioniert, sage ich mal so. Ist dann Preetz wirklich so schlecht gewesen und hat wirklich die Kaderzusammenstellung versaut? Schwieriges Thema. Was ich denke, ist, dass der Kader das Potenzial hat. Also wenn man sich die Spieler einzeln anguckt, dann sieht man, dass die alle Fußball spielen können. Ich finde, Doi Lukebakio ist das beste Beispiel. Also man weiß, dass er Fußball spielen kann. Ich glaube, das weiß jeder. Das hat man in den Saisons davor gesehen. Das hat man ab und zu gesehen bei uns letzte Saison. Aber der Typ hat einfach ein Einstellungsproblem. Und wenn der auf dem Platz steht und da rumtrabt. Und es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht, ob man die gesehen hat, wo er die Hand hebt und hinten das Abseits aufhebt, weil er halt rausläuft. Also unglaublich. Und da sage ich mir, sie können es eigentlich. Es hat bloß der richtige Trainer gefehlt. Bruno natürlich in einer richtig schwierigen Situation zu uns gekommen. Und er hat es halt dann einfach nicht geschafft, die Mannschaft zu packen. Und ich hoffe unter Pal, der auch Erfahrung hat mit Jungspielern und auch in der U16 und davor, Jugendtrainer bei uns war und so weiter, dass er diese Jungspieler packen kann und motivieren kann. Und das, was ich bisher gesehen habe gegen Frankfurt und Bayern, lässt mich positiv erstmal in die nächsten Spieltage gucken. Wie siehst du es generell, dass er zurück ist? Also, wie gesagt, ich bin ja nicht in Berlin drin oder bei Berlin großartig drin, aber für die meisten kam es so rüber. Er wurde ja erstmal rausgeworfen nach dem Motto, wir wollen größere Trainer, aber höher hinaus. Jetzt nach einem Jahr, zwei oder so, ist er wieder zurück. Quasi wieder zurück zu Punkt Null. Oder wie trotzdem positiv, dass er wieder zurück ist oder mit so einem faden Beigeschmack von wegen, guck, hat er doch nicht funktioniert, jetzt ist er doch wieder zurück. Nee, also natürlich hat man sich auch erhofft, dass es, also als Pal gegangen ist, hatte man natürlich die Hoffnung, dass man irgendeinen Trainer holt, der noch mehr aus der Mannschaft rauskitzeln kann und noch mehr diese Spieler entwickeln kann. Dem ist nicht so gewesen. Man hat Pal entlassen, nachdem er ja durchschnittlich performt hat, mal Europa League, mal ein bisschen schlechter. Es ging auf und ab mit Pal. Man hat ihm aber nie die Chance gegeben, mit Geld einen Kader zusammenzustellen. Und dann, das hat man dann versucht mit unterschiedlichsten Trainern und was nicht alles. Und jetzt ist er wieder da. Ich mag Pal, weil ich finde, er hat die richtige Einstellung, wenn es um Fußball geht. Er ist auch so ein Arbeiter und das mag ich halt. Ich brauche jetzt keinen, ja, Kunja oder so, natürlich will ich den haben, aber das ist halt so ein Schönheitsgefahr. Du gewinnst halt auch Fußball mit diesen Arbeitern. Und Pal hat diese richtige Einstellung. Ich weiß nicht, ihr müsst euch mal, keine Ahnung, könnt euch mal im Stream angucken, PK ist von Pal. Der ist einfach so sympathisch und so bodenständig und das mag ich. Und wenn der es schafft, die Mannschaft zu erreichen und mit der Mannschaft, wo jetzt Geld drinsteckt und auch die Mannschaft, die das Potenzial hat, ja, habe ich ja gerade schon, diese zu berühren oder anzusprechen, richtig zu motivieren, dann ist Pal für mich der richtige Mann. Und dann kann Pal auch nächste Saison noch bleiben. Es gibt ja diese Punkteausbeute, die er holen muss und so weiter. Auch wenn er, ich glaube, er muss 25 Punkte holen, ja, bis zum Ende der Saison. Aber sein Vertrag geht trotzdem bis Sommer nächstes Jahr. Ich bin gespannt, was man da macht. Ich denke, wenn Pal uns vor dem Abstieg rettet und man eine Entwicklung jetzt sieht, dann kann der von mir aus auch gerne länger bleiben und vielleicht auch mal einen Transfermarkt, Transferperiode mitmachen, wo er sich dann noch ein paar Spiele rauspicken kann. Ja, mehr Geld und Transfermarkt ist ja auch ein großes Ding bei euch, wurde ja gut ausgegeben. Wie siehst du das generell? Es ist ja auch immer dann, wenn man irgendwie bei anderen Klubs sieht, ich will euch nicht direkt mit denen vergleichen, ne, es ist noch gar nicht auf dem Niveau, weil wenn man Leipzig, Wolfsburg und sowas sieht, wo einfach das große Geld ist, wo viel ausgegeben werden kann, wenn man sich dann selber, Traditionsverein denkt, so, boah, finde ich nicht so sympathisch und dann kommt selber bei so einem Traditionsverein, wie ihr es ja seid, kommt dann halt auf einmal ein Investor und macht eben genau das Gleiche. Geht da so ein bisschen, kam das gut bei euch an oder dacht ihr euch auch so, ja super, jetzt sehen uns die anderen vielleicht eben genauso, wie wir nicht gesehen wollen werden? Ja, ich sag mal, da gibt es geteilte Meinungen in der Community. Ich glaube, der Fußball entwickelt sich dahin, dass es mit Investoren nur noch geht, weil das ist so eine große Gelddruckmaschine, wie es dann am Ende ist mit Mediengeldern und sowas alles. Deswegen gehe ich davon aus, dass es sich allgemein auch dahin entwickeln wird, wenn man irgendwie Mannschaften haben will, die auf einem Niveau spielen oder so, dann muss da halt ein bisschen Geld hinter stecken. Ich glaube, England ist ein sehr gutes Beispiel, wo ohne Ende Geld hinter steckt und wo man aber auch sagen muss, es ist eigentlich auch eine gute Liga. Also man sieht auch ansprechend im Fußball, man hat viele Vereine mit guten Spielern und da macht es dann auch Spaß zu gucken. Ich persönlich fand es ja weder negativ noch positiv. Ich habe gedacht, okay, es bringt Chancen mit, weil du halt irgendwie mal andere Spielermaterial einkaufen kannst, aber ich habe es halt auch so gesehen, okay, Geld alleine reicht halt nicht. Du brauchst halt den gewissen Trainer, den gewissen Vorstand, der dann auch aus den Spielern was entwickelt. Also für mich war es einfach so, ich lasse mich mal überraschen, ich schaue, was sich da entwickelt, wie sie es hinbekommen und es gibt aber auch einen Großteil der Fans, die sagen, nee, Traditionsverein haben wir keinen Bock drauf, so die älteren, sage ich mal so, die ältere Generation. Aber wenn man sich einfach auch mit dem Thema Fußball beschäftigt und was da für Geld hinter steckt, dann entwickelt sich es einfach dahin, dass Investoren, glaube ich, bald die Normalität sind. Ja, wenn man ja auch gerade tabellarisch sieht in Richtung Traditionsvereine, könnte ja, gehen wir mal zu dem Thema kurz, Schalke so das nächste große Ding werden quasi. Ich würde mal sagen, der HSV und wir oder auch Hannover und Nürnberg waren auch schon große Brocken, die jetzt irgendwie die zwei Liga runter sind und teilweise jetzt der HSV zum Beispiel nicht oder Nürnberg und Hannover zumindest wieder hoch sind mit uns oder Bielefeld oder sowas. Wie schlimm würdest du einen Abstieg von Schalke finden generell für die Liga? Also wie du schon sagst, Traditionsverein wäre natürlich top, wenn der sich in der Liga hält. Also man will ja nicht nur irgendwie zusammengekauften Schrott da oben haben oder sage ich mal so. Ich finde schon wichtig, dass Traditionsverein, aber ich finde, die Mischung muss es dann irgendwann machen. Mit Tradition kannst du ja immer noch durch die Fankultur sein. Nur weil da irgendwie einer sitzt, der ein bisschen Geld reinbringt, finde ich nicht, dass es die ganze Tradition direkt kaputt macht. Nur weil da jetzt einer mit Geld sitzt. Schalke natürlich spielen jetzt keine überragende Saison, muss man sagen. So gut, also für Schalke würde ich es natürlich schade finden, dass sie absteigen. Ich mag, also was heißt, mag Schalke? Für mich ist einfach, ich werde guten Fußball sehen. Und wenn eine Mannschaft keinen guten Fußball spielt, dann steigt sie von mir aus auch verdient ab. Ob sie dann wieder hochkommen und wie hart sie die zweite Liga trifft, das können Schalke-Fans und Schalke-YouTuber wahrscheinlich besser beurteilen. Ich finde, das ist immer schwer, so wie man am HSV sieht. Man kommt halt nicht direkt wieder hoch. Und wenn du dann deine teuren Spieler verkaufen musst, dann muss der Nachwuchs passen. Und wenn das nicht passt, dann bist du da in dem Kreislauf und bleibst vielleicht mal ein, zwei Jahre unten. Vor allem auch gerade dieser Spruch immer von wegen, ein zweitiger Jahr kann auch mal gut tun, der ist halt auch schwierig anzugucken, mindestens mal. Weil der HSV ist ja auch schon seit der dritte Saison, glaube ich, unten jedes Mal kurz vor dem Aufstieg. Wir hatten zwar unsere Wiederaufstiege jedes Mal direkt aufs Neue, aber sind ja auch wieder abgestiegen. Auch schon fast Richtung Fahrstuhlmannschaft. Hatte auch Schalke so ein bisschen angesprochen, weil da unten ja auch traditionsreich jetzt auch Biedelfeld und Köln sowas hängt. Und am Thema Abstiegskampf werden. Ihr hängt da ja auch unten. 15, 14, eins von beiden? Platz 15 sind wir. Platz 15. Wie gedenkst du, sieht der weitere Saisonverlauf aus? Parkt ihr das da unten locker oder wird es dann auch spannend? Ich habe es in unserem Video schon gesagt. Ich finde, es kommt jetzt viel aufs Spiel gegen euch an, weil wir, wie gesagt, jetzt die ersten Spiele unter Pahl waren Frankfurt, Bayern. Und dann kommt ihr und dann kommt Leipzig und Wolfsburg. Also das Programm ist nicht leicht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt gegen Stuttgart verliert, was ein vermeintlich leichterer Gegner ist, ist, dass man psychologisch irgendwie in Strudel gerät und dann da unten nicht mehr rauskommt. Weil dann gegen Leipzig und Wolfsburg wird es auch schwer zu punkten. Wenn man so spielt wie gegen Bayern, dann kann man da punkten. Aber sollte es nicht sein und man verliert die beiden Spiele, dann ist man halt unten drin. Besonders, wenn man jetzt bedenkt, dass Bielefeld mit 17 Punkten auf dem Relegationsplatz genauso viele Punkte hat wie wir. Und die haben ein Spiel weniger. Ah ja, stimmt. Heißt, wenn die haben immer noch in der Hinterhalt, die können noch punkten. Wie sich das auswirkt auf uns, weiß ich nicht. Wenn alles gut läuft, sollten wir uns von da unten befreien können. Einfach, was der Kader hergibt. Wir haben jetzt das harte Auftaktprogramm und dann hinten raus wird es ein bisschen leichter. Es kann gut sein, dass wir jetzt die nächsten Spieltage noch da unten drin stehen und wirklich kämpfen. Und zum Ende der Saison hin uns dann befreien. Wenn alles ganz super läuft, dann nimmt man die guten Spiele mit gegen Bayern und Frankfurt, die man leider verloren hat und startet jetzt so einen Aufwärtstrend. Ja, also einfach mal davon auszulagen, dass wir im Sinne von VfB und ihr im Sinne von Berlin beide den Klassen halt schaffen. Wovon ich bei beiden überzeugt bin. Bei uns dann auch. Hast du die nächsten drei Spiele bei euch angesprochen. Bei uns ja auch. Jetzt haben wir dann euch zu Hause, was von den nächsten drei vermutlich noch das schwerste wird. Und dann Köln und die Schalker, das sind also die nächsten Spiele. Wenn man da angemessen viele Punkte mitnimmt, dann bist du gefühlt durch. Vor allem, wenn man sich guckt, wie wenig Punkte halt zum Beispiel 17 und 18 nehmen. Also mindestens 16. Da wirst du die Saison halt sicherlich mit 28, 29 Punkten. Wie auch in unserer grandios schlechten Abstiegssaison, wo wir dann über die Relegation runter sind. Was würdest du tippen unten? Wer muss runter und wer hält sich? Jetzt von den Kandidaten. Bielefeld, Köln, Schalke, Mainz. Also Schalke wird es wahrscheinlich nicht mehr packen. Die haben jetzt acht Punkte und der 17. hat 13 Punkte, wie ich sehe. Und dann der 16. hat 17 Punkte. Also für Schalke wird es ganz schwer. Und dann sehe ich auch Mainz. Also so wie es jetzt quasi da unten gerade steht, gehe ich davon aus, dass sie dann auch runtergehen. Schalke wahrscheinlich direkt mit Mainz. So vier Punkte. Und ja, von Schalke neun Punkte auf Relegation sind ordentlich. Die muss man auch erstmal reinholen. Und die anderen dürfen nicht punkten. Deswegen, so wie die Tabelle gerade ist, würde ich schon mitgehen, dass Schalke, Mainz, Bielefeld runtergehen. Und ja, zu den anderen. Köln, finde ich, hat auch ein paar gute Einkäufe gemacht. Haben jetzt auch zuletzt gegen Gladbach gewonnen, glaube ich. Das Derby. Die sehe ich ein bisschen stärker, muss ich sagen. Deswegen, glaube ich, die werden so mit uns auf Augenhöhe die Saison beenden. Und Bielefeld, Mainz, Schalke werden es wahrscheinlich dann nicht packen. Und Augsburg, ja gut, Augsburg kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Die halten sich immer irgendwie drin. Das ist der Wahnsinn, wie wir es in den letzten Jahren machen. Und da würde ich mitgehen, also ich will Schalke auch noch nicht, doof sagt, noch nicht begraben. Die haben auch noch genügend Spiele dafür Zeit, wer weiß. Ja. Aber würde ich auch schon mitgehen, dass da die wahrscheinlich am höchsten ist, dass die runtergehen. Und dann finde ich es tatsächlich recht spannend. Die Abstände sind noch recht groß. Aber jetzt hat ja auch zum Beispiel Mainz irgendwie mal so ein Zufall, Sie gegen Leipzig mitgenommen. Das wird, glaube ich, wirklich ein ganz interessantes Ding. Bielefeld würde mich auch freuen. Auf die treffen wir, glaube ich, am allerletzten Spieltag sogar zu Hause gegen Bielefeld. Wäre natürlich ein Traum, wenn man da bei beiden sagen könnte, jo, das Spiel ist uns allen egal, wir bleiben drin. Das wäre natürlich schön, so als die beiden Aufsteiger haben immer so ein bisschen Sympathie zueinander. Ja. Sonst deswegen Bielefeld auch gerne drinbleiben. Da würde es wirklich ein enges Ding werden, wenn eine Regulation muss zwischen Köln und Mainz und sowas. Wir haben ja, wie gesagt, zum Glück hoffentlich nichts damit zu tun. Ich gehe mal davon aus. Außer es bricht komplett ein, oder was sagst du? Auch zum VfB. Also, was ihr in der Hinrunde gezeigt habt und auch was ihr für den Fußball gespielt habt, sah gut aus. Also, da hätte man vielleicht nicht mit gerechnet, wenn man als Aufsteiger hochkommt. Du hast ja auch schon gesagt, dass ihr vielleicht ein bisschen überperformt habt. Aber das kann ja auch mal sein. Also, ihr spielt guten Fußball, das, was man da gesehen hat in der Hinrunde. Es hat Spaß gemacht, euch auch zuzugucken. Deswegen, wenn ihr so weiterspielt, dann denke ich, habt ihr da nichts mit einem direkten Abstiegskampf zu tun. Vielleicht rutscht man nochmal zwei, drei Plätze runter. Aber trotzdem, denke ich, wenn man gegen die anderen, mal abgesehen von uns jetzt am Wochenende, sondern gegen die Spiele danach, seine Punkte holt gegen Schalke, dann denke ich, dass ihr da schon relativ sicher seid und euch dann entspannte, ja, die restlichen Spiele runterspielen könnt. Gut, das hatte ich auch schon bei mir öfter gesagt, ob es in Streams, in Podcasts ist, wo man dann quasi direkt die Brücke abschließend zum Tipp da machen kann. Aber ich hatte auch quasi schon diese Prognose, du hast jetzt quasi den wichtigen Februar. Du könntest, wenn du den Februar gut gestaltest, bist du ab März, kannst du die Saison entspannt runterspielen. Weil wenn du jetzt gegen Berlin, nehme ich den Tipp schon ein bisschen vorab, aber wenn du gegen Berlin einen Punkt mitnimmst, dann hoffen wir, dass Köln und Schalke schlägst, was jetzt, klar, ich will nichts fordern als VfB, wenn ich immer noch aufsteige, aber was nicht komplett unrealistisch ist, dann holst du sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen, bist dann, glaube ich, bei 32. 30, Torfelden ist immer top und damit wirst du nicht absteigen, nie im Leben. So wenig Punkte, wie da unten bisher geholt wurden, wirst du mit 32 Punkten nicht absteigen. Ja, das ist halt brutal, also diese Saison ist halt wirklich brutal, wie wenig Punkte der Letzte und Vorletzte hat. Also mit acht Punkten Schalke-Fan zu sein, diese Saison ist brutal. Das wird die Saison fast vielleicht sogar noch toppen können, wo wir dann mit 28 Punkten oder sowas auf 16 rumgesprungen sind. Also man unter 30 Punkte haben könnte, theoretisch um ein 15er zu sein. Das war ja auch schon eine ganz, ganz schlimme Saison oder die, glaube ich, Paderborn-Saison oder sowas war das, wo man auch Köln oder so, glaube ich, den Rekord mal aufgestellt hat mit den wenigsten Punkten als Absteiger. In die Richtung tendiert sich die Saison wieder. Also wir haben wirklich, ich finde einen recht interessanten Kampf oben, nicht unbedingt um den Titel, aber um Europa. Und halt dann auch wieder einen recht interessanten, weil einfach recht gleichmäßig schlechten Abstiegskampf, wenn man das so formulieren kann. Ja, vor allem Abstiegskampf ist ja, also bis Platz 11 der 22 Punkte, ist für mich da alles noch drin, was irgendwie eine Schlagweite ist zum Relegationsplatz. Deswegen ist es auf jeden Fall noch eine richtig spannende Saison, die wir vor uns haben, wo man, wo jedes Spiel quasi auch entscheidend dann ist. Eben, weil ich habe es ja jetzt bisher nur positiv beleuchtet, aber wenn wir jetzt gegen Schalke, Köln und Berlin gefühlt keine Punkte nehmen, dann bist du wieder unten mit drin. Deswegen, das war ja von der positiven Seite aus. Was tippst du denn abschließend für den Samstag? Ja, also ich habe es ja schon gesagt, durch unsere positive oder meine positive Einstellung, die ich jetzt habe aus dem Bayern- und Frankfurt-Spiel, was wir leider ohne Punkt mitzunehmen gespielt haben. Ich aber sehe, dass Stuttgart jetzt, der, wie gesagt, der leichteste Gegner ist, wenn man danach gegen Leipzig und Wolfsburg ran muss, muss dieses Spiel gewonnen werden. Und deswegen ist mein Tipp 3-1 für die Hertha. Ja, dann bleibe ich auch, wie bei dir auch vorhin, beim Fan-Brillen-Tipp des 2-1 und beim neutral-realistischen Tipp von 2-2, was uns zugegebenermaßen auch mehr bringen würde als euch. Das Unschied würde uns mehr helfen als euch. Wir haben halt genauso wichtig, halt nicht in diese, spielerisch ist es keine Misere, aber halt von Ergebnissen her nicht weiter, wieder das dritte Spiel in Folge zu verlieren. Deswegen, egal ist es mir nicht, klar, lieber Gewinn, aber ich wäre auch mit dem Unschied zufrieden. Vor allem, ihr habt ja gegen Berlin, äh gegen Berlin, gegen die Bayern und auch in Frankfurt, vor allem gegen die Bayern, echt gute Spiele gemacht. Wäre ehrlich mehr drin gewesen, vielleicht dann das gute alte Sprichwort von alle guten Dinge sind drei. Wir hoffen es nicht. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Natürlich auch weiterhin den Tipp, bei ihm mal vorbeizuschauen. Natürlich auch alles schön sorglich verlinkt. Und dann freuen wir uns, beide sind ja noch am Stream am Samstag auch auf das Spiel. Also, wer auch hier als Berlin-Fan vorbeischaut, kann sich gerne das Spiel bei ihm dann anschauen. VfB-Fans bei mir oder auf beiden, auch recht egal, wir sind ja beide recht neutral. Egal, zu welchem Fan lagern, alle willkommen. Und dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Gebt auch mal eure Tipps in den Kommentaren oder auch über meinen Post, der jetzt auch dann zeitnah rausgehen müsste, wo ihr abstimmen könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.